willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja ich habe es ein bisschen verpeilt die letzten tage die die mich kennen bzw die die aus meinem clan sind hier wissen wovon ich rede aber ihr habt sie im netten bildchen gesehen wir wollen heute unseren worten aber man natürlich leveln und b guck mal den neuen skin den neuen skin habe ich auch noch nicht also er ist jetzt auf 940 und ich hatte ja gesagt der worden bekommt den nicht letzten oder vorletzten hammer sondern der bekommt auf jeden fall erstmal hammer und wird jetzt erstmal neben meiner queen auch volljährig also max level und was machen wir zuerst erst leveln und danach den worten skin ja ich glaube wir leveln ihn das erst mal erst mal mit einem hammer und damit haben wir den worten schon mal auf level 50 das heißt also hier in meinem kleinen feinen setup habe ich endlich geschafft 40 scatter shots also die streue katapulte in multiplayer battles zu machen ist mir jetzt endlich mal gelungen und sehr schick aber hier oben in meinem setup habe ich jetzt den zweiten leuchtenden oder gold leuchten 50 vom party worden aber ich habe den pass natürlich schon fertig ich habe den pass allerdings noch nicht angefasst das heißt ich habe hier oben noch nicht auf reward geklickt deswegen habe ich den es gehen auch noch nicht ihr seht ich war recht fleißig jenigen in den in den spielen beziehungsweise im pass und damit können wir uns jetzt den party skin hier einmal holen wir haben jetzt heldenbuch wir haben jetzt reichlich eigentlich fertig sechs mauerringe komme ich gleich mal zu warum ich das so betone sechs mauerringe und habe mir einiges noch nicht abgeholt allerdings goldrune habe ich jetzt vor beraten für den zweiten für das zweite streue katapult vielen dank übrigens leute dass er mir darauf mich darauf aufmerksam gemacht habe dass der nur auf level 2 geht erstmal da war ich wahrscheinlich ein update zu weit oder so keine ahnung also ich habe jetzt den hier der läuft auf level 2 und auch meinen zweiten habe ich gestern abend angestoßen läuft auch auf level 2 dann habe ich die schon mal hinter mir die laufen ja schon ein paar tage aber erst mal den worten equipment hier denn ich finde den skin sehr sehr schick obwohl ich den eigentlich auch nicht schlecht fahren aber den haben wir jetzt auch lange gehabt finde ich und deswegen ist mal zeit für was neues hier mit seiner hand also mal sehen ob er ob er denn auch hilft jetzt wie hätte er winkt immer so mit der hand wenn man auf ihn klickt finde ich sehr schick muss ich sagen schöne animation hatte was so ein bisschen so von den von dem skelett von dem skelett könig den lassen wir aber noch mal hat empfinde ich eigentlich jetzt ich finde ihn eigentlich nicht nicht mehr ganz so gut muss ich sagen ich glaube den tauschen war auch mal ich glaube wir tauschen auch mal ins gehen wieder ich fand eigentlich den tatsächlich am besten und von der königin dürfte für jemand ordnung damit können wir losziehen meine royale champion das sieht da hier geht auch wieder schon wieder ein level hoch und ich habe so ein bisschen das gefühl ein tag eine stunde da habe ich vielleicht fast wieder das nächste hier drin um den royalen champion auch gleich weiter laufen zu lassen also es geht seinen relativ normalen weg es gibt aber nach wie vor so ein paar dinge die verstehe ich hier in clash of clans nicht das sind jetzt nicht die balance änderungen es gibt ja balance änderungen die auf und zu kommen die finde ich übrigens sehr gut also erst mal so ein bisschen klein aber fein upcoming balance changes habt ihr bestimmt im deutschen klein auch gesehen der ist jetzt wieder relativ aktuell man merkt die leute kommen so langsam aus dem urlaub wieder und haben jetzt erstmal reichlich zu tun also die level 18 kanone bekommt etwas mehr hit points weil wohl das royale champion schild so eine kanone immer gewonnen hat hat in der ability und das soll jetzt nicht danach nicht mehr vorkommen das sind nur zehn treffer punkte mehr aber damit müsste die kanone dann überleben und könnte ja vielleicht noch den entscheidenden schuss dann auf die reale champion abgeben so dass es vielleicht kein reichständer wird die jetis meiz also die kleinen mini jetis werden keine fallen mehr auslösen das war bisher auch so dass die jegliches an fallen ausgelöst haben das ist so ähnlich wie früher die hexen wo die skelette die fallen auch ausgelöst haben und den skeletten und den hexen nicht den skeletten den hexen passierte nichts was natürlich sehr interessant finde ist add a new community tab in der news inbox wäre regular wie you from your favorite clash of clans content creator will be featured auch finde ich nicht schlecht vielleicht tauche ich daher auch mal auf was ich jetzt nicht so wie ich glaube ich denke da sind dann schon die etwas größeren oder man kann da wählen ich weiß es nicht keine ahnung ich lasse mich überraschen was da auf und zu kommt und live still tdb ja dies tdb das steht für für eigentlich vieles aber ich habe mal ein bisschen nach gegoogelt so eine spruchart gibt es bei uns auch das ist es ist nicht dass der weisheit letzter schluss also dass da kommt sicherlich noch ein bisschen was auf und zu aber erst mal ich bin eigentlich auch immer dafür lieber klein aber fein aber dann richtig und gut umgesetzt und ich finde es gut das team auch wieder da ist man hörte ja jetzt etwas länger nichts von clash of clans wir haben auch ein paar events gespielt hier das event übrigens mit der mit den rathäusern habe ich doch geschafft was ich das ist mir ein bisschen unverständlich hier das drachen event ich meine ihr seht dass ich habe schon gespielt und wir machen jetzt gleich auch mal einen angriff aber leute fünf mauerringe also mal ehrlich 55 mauerringe ich brauche sechs ich brauche sechs für eine auch konnten die da nicht sechs rein machen deswegen habe ich ebenso auf der sexy im pass rumgeritten ich weiß nicht da hätten sie wenigstens sechs ausmachen können dass wenigstens jemand eine mauer auf level 14 ziehen kann mit ein klick und muss dann nicht noch warten bis einmal irgendwo her ein mauerteil kriegt oder gar kauft oder was auch immer naja wir machen erstmal angefangen mit dieser armee und mit der komme ich eigentlich ganz gut klar da habe ich auch die die heiler geschichten gemacht aus dem pass und das ist auch eine schwache ich treffe hier oftmals auf so schwache basis rathaus immer hoch zwei scatter shots ok da können wir mit leben aber der heißt es hier so laut der rest ist hier wieder so ultra low so dass wir hier sicherlich wieder unsere sterne holen können beziehungsweise auch ein bisschen bisschen lud hatte hat er ja für uns und nämlich etwas gesagt unter einer ballon der überlebt tatsächlich sogar ein paar schüsse aus der aus der von den luft abwehren so jetzt muss ich mal gerade gucken ich glaube hier unten können wir können wir entlang gehen und wo für brauchte ich denn eigentlich noch mal die mauerbrecher ich überlege gerade wofür ich die mauerbrecher brauchte ok vielleicht dafür dass sie kaputt gehen und ich jetzt nicht in die base kommen ok da ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm dass wir da jetzt nicht rankommen aber da kommen ein paar loons auf und zu die sind natürlich schon ziemlich ziemlich fies an nein jetzt ist jetzt war meine queen gerade gerade so abgelenkt und ich habe aber danach natürlich drachen im petto aber meine queen wird jetzt nicht ganz überleben ok die überlebt jetzt nicht ganz schade hat sie nicht ganz gepackt ok das ist nicht so schlimm dann gehen wir hier mal mit mit den loons rauf und hier glaube ich jetzt muss ich mal eben checken packen die das da ja die packen das da in jedem fall dann können wir hier weiter gehen und von hier aus mit unseren drachen hier rein wunderbar der steht sogar noch nach oben und jetzt muss ich nur wieder ein bisschen aufpassen auf die gegnerischen fehler glaube ich aber nein die gehen erstmal nicht rum ist die gehen erstmal nicht rum und die fehler sind dort alles klar leute jetzt muss es dann irgendwie so ein bisschen wenigstens reingehen da hinten ist der fehler den muss ich in jedem fall immer kosten jetzt sind meine drachen aber mit wunderbar so läuft das hier aber ok ihr seht mein mein king ist immer noch up to date da so noch mal den fehler gefrostet da bin ich mir nicht zu schade für den kleinen fehler weg zu kosten denn das ist glaube ich immer noch nach wie vor die böse seiner die seht das so lange wie der lebt aber jetzt kriegen wir vielleicht noch den einen oder anderen oder das eine andere katapult da ihr wollt das kriegen wir da und der worden denkt das schön für meine beiden drachen ich kriege jetzt wahrscheinlich aber nicht mehr die luftabwehr beziehungsweise die ressourcen haben aber haben wir ganz gut weggenommen das passt schon an der stelle und noch ein bisschen kleines bisschen gold noch kommen das gold lager das packt da noch jawohl so sieht das ganz gut aus dann können wir die noch abbrechen 87 prozent hier gegen die echt mal mauerbase egal alles fürs drachen event auch wenn ich nach wie vor nicht weiß wofür ich die fünf mauerringe brauche aber man man spielt es einfach man spielt es einfach 400 ep gibt es auch noch und sicherlich lässt sich lassen sich die mauerringe auch einsetzen ich muss mal eben gucken was ich eigentlich nachbauen wollte so 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 ist es glaube ich so ist es besser kann ich noch mal nachfordern hier luft also hier geht es voran ich habe jetzt einfach mal zwei hunde dabei ist egal machen wir in jedem fall noch den den angriff hier und wo war ich eigentlich wie viel gerade noch was ein ja es fiel mir irgendwie nicht mehr ein keine ahnung leute was es war aber ich brauche gleich noch mal eure mithilfe aber erstmal mache ich diese basic überlege jetzt mal gerade wir können wir die denn eigentlich machen wir gehen mal hier rein wo ich habe jetzt zehn loons dabei ok aber nur noch 44 heiler ich hoffe dass es nicht ganz so schlimm paar mauerbrecher das passt so dann funneln wir mal mal sehen wo die queen es so so hingeht ok wie danach die läuft irgendwie immer einen komischen weg man musste echt erst laufen lassen na ok dann geht es jetzt da lang das ist mir auch egal dann geht es jetzt da lang aber irgendwo wollte ich ja ganz gerne hier in die base reinkommen mal sehen ob mir das da vielleicht gelingt allerdings muss dafür jetzt auch die lager müssen dafür weg mal sehen ob wir das da hinkriegen hätte ich mal den king besser da gesetzt glaube ich naja schade hätte ich den king da mal besser gesetzt aber die queen geht noch ganz gut die queen läuft noch ganz schick und der drache hilft ja ein bisschen muss man jetzt auch nicht so schlecht ist okay dann haben wir die seite gleich schon mal geklärt aber ist auch eine offline base glaube ich so wie ich das sehe und das ist jetzt ein multi inferno wunderbar da nehmen wir gleich noch mal ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht genau was wir hier nehmen wir ich glaube wir fließen den wir fließen den king king wird gefrostet gleich so erst mal die worden starte da weg machen ein bisschen die zeit im blick haben dass wir den denn die die masse des loots ja auch auch mitbekommen und so da ist der kino schule weg und dann glaube ich können wir schon auf der seite hier beginnen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 den schicken wir mit rein wir hauen jetzt zwei hunde rein und 1 2 3 4 drachen so hatten wir jetzt wir hatten ja jetzt nicht mehr ganz so viele drachen aber mit denen muss das jetzt erst mal hier durchgehen und ich muss jetzt natürlich mal mal schauen wo wir hier sinnvoll forsten können einmal kurz den worten angezogen und da ist wieder ist eine schöne offline base 8000 dunkles hatte der jetzt gerade habe ich das richtig gesehen ich glaube der hatte 8000 dunkles mal gucken ob wir die kriegen wo ist denn da noch ein bohrer wo ist dann noch das dunkle hier unten ist der bohrer okay bei der queen mal sehen ich weiß gar nicht ich habe glaube ich uns in der klanburg ich habe nun sind der klanburg das natürlich ein bisschen dusselig da unten ist nämlich noch die royale champion die wirft ihr mir jetzt gerade ein nach mann ab an der ok da ist jetzt weg ja die machen die machen in jedem fall auf drei sterne ja ich weiß nicht mehr was es war leute ist mir irgendwie empfangen manchmal ist das ja so dann hast du einen gedanken irgendwas ist empfangen aber der worden überlebt das ganze hier ich habe übungs gesehen bei der regenerations animation des worten finde ich sehr sehr cool schwebt das buch und der stab so um ihn rum also das muss ich sagen ist sehr sehr gut gelungen ich weiß gar nicht ob man das jetzt auch sieht der muss ja jetzt gerade mal nicht im schlafmodus vielleicht gar da da sieht man es doch da sieht man es ganz gut und ich finde hier hier beim king die beiden hände und und was so um ihn rum spielt finde ich sehr sehr nett animiert muss ich mal so sagen aber schlafen soll er nicht der soll nämlich gleich weitermachen ich hoffe die kurze update folge hat euch ganz gut gefallen ich brauche aber noch eine antwort von euch in die kommentare denn ich habe jetzt noch einen gebäude haben ihr seht das hier mache ich jetzt mein town hall wirklich auch viel mit dem hammer oder aber lieber ein anderes gebäude wie zum beispiel meinen letzten magierturm oder dann schon eine der anderen die fences die ja auch noch alle hoch gehen müssen vom x bogen über die kanonen über die tesla also hier geht ja noch reichlich oder vielleicht fallen machen keine ahnung könnt ihr mir mal gerne unten reinschreiben wäre ich am eine antwort glücklich vielleicht wird das vielleicht wird das rathaus ist das sicherlich nicht so schlecht wenn das auch auf fünf gelevelt wird auf drei habe ich sei im moment also ich kann auch den einen hammer benutzen hier schreibt mir gerne und rein was ich dafür nehmen kann und ich würde sagen wir sehen uns in weiteren folgen und natürlich in live streams nicht vergessen auf twitch tv am freitag samstag wieder live abends mit mir ein bisschen rum clashen bis dahin oder toto